Die USA wollen die Sonne verdunkeln, der Starttermin von Windows 12 wurde geleakt, die PS5 Slim soll noch in diesem Jahr kommen und Windows 11 macht Probleme. Hi, ich bin Jeremy. Willkommen zu TechUp Weekly. Los geht's mit Windows 12. Microsoft arbeitet fleißig an der nächsten Windows-Version und die heißt neuesten Leaks zufolge, Achtung, Rommelwirbel, Windows 12. Tja, wer hätte das gedacht? Viel interessanter als der Name sind aber natürlich die neuen Features. Obwohl Microsoft noch nicht öffentlich zugegeben hat, an Windows 12 zu arbeiten, gab es bereits einige Hinweise darauf. Auf einer Entwicklerkonferenz wurde in einem Terminkalender der Vermerk The Next Generation of Windows entdeckt. Auf einer anderen Konferenz hat Microsoft versehentlich eine Version von Windows 11 gezeigt, die eine schwebende Taskleiste enthielt. Vermutlich ein Designvorschlag für Windows 12. Microsoft plant anscheinend auch die nächste Windows-Version besser an ARM-Architektur anzupassen. Das würde die Nutzung auf mobilen Geräten erleichtern und das Unternehmen könnte eigene Prozessoren entwickeln. Ganz so wie Apple es mit den eigenen Chips getan hat. Außerdem wird künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen. Das sieht man bereits in den aktuellen Preview-Builds von Windows 11. Windows 12 wird voraussichtlich Teil von Microsofts Core-Projekt sein. Das Ziel besteht darin, ein modulares und anpassbares Betriebssystem zu erstellen, das auf verschiedenen Geräten mit unterschiedlichen Formfaktoren und Anforderungen läuft. Geplant ist der Launch wohl für Herbst 2024. Windows 11 hat schon wieder Probleme mit SSDs. Windows Latest berichtet, dass die Windows-Updates seit dem Patch-Day im März 2023 dazu führen, dass Windows 11 unter bestimmten Umständen extrem langsam wird. Auch wir hatten damals darüber berichtet, aber das Ausmaß des Problems scheint noch viel größer zu sein. Das Problem tritt auf, wenn man unter Windows 11 große Dateien kopiert oder aufwändige Spiele spielt. Es kann sogar sein, dass Windows 11 mega lange für das Hochfahren braucht. Die Ursache soll irgendwo in den kumulativen Updates liegen, die seit dem Patch-Day im März aufgespielt wurden. Auch das jüngste Update vom Patch-Day im Juni 2023 scheint ähnliche Probleme zu verursachen. Einige Reddit-Nutzer berichten von einem massiven Geschwindigkeitsrückgang ihrer SSDs von 7000 MB pro Sekunde auf nur noch 3000 und in einigen Extremfällen sogar auf nur noch 1000. Ob Microsoft bereits an einer Lösung arbeitet, ist nicht bekannt. Wie steht es bei euch? Habt ihr seit einem der Updates Probleme? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Uuuuh, neue Infos aus dem Hause Sony. Laut Informationen, die im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission bekannt wurden, plant Sony anscheinend eine PlayStation 5-Slim-Konsole. Diese Slim-Version soll wohl im Herbst 2023 auf den Markt kommen. Interessant ist auch, dass der Preis dieser Konsole voraussichtlich ähnlich wie bei der PS5 Digital Edition sein wird. Also so in etwa 400 USD oder bei uns 450 Euro. Das bedeutet, dass der Preis im Vergleich zur PS5 mit Laufwerk um etwa 100 Euro niedriger wäre, obwohl Sony den Preis vor einem Jahr noch angehoben hatte. Es wurde auch spekuliert, dass die PS5 Slim ein abnehmbares Laufwerk haben könnte, was die niedrige Preisgestaltung erklären würde. Abgesehen davon wird die Slim Edition natürlich kompakter sein und soll wohl auch weniger Strom verbrauchen. Bei gleicher Leistung. Kommen wir nun zu etwas ganz Verrückten. Kommen wir nun zu... Kommen wir nun zum Fehlerwoche. Hier ist etwas, das klingt so verrückt, dass man meinen könnte, Mr. Burns von den Simpsons steckt dahinter. Aber nein, es geht um die US-Regierung und ihre Idee, die Sonne zu verdunkeln. Ihr habt richtig gehört, die Sonne zu verdunkeln. Der ein oder andere kennt vielleicht die Simpsons-Folge, in der Mr. Burns versucht, die Sonne über Springfield zu verdunkeln. Etwas ähnliches durchgeknalltes prüft derzeit die US-Regierung. Dabei geht es darum, die Sonne mithilfe von Aerosolen oder sogar einem riesigen Sonnenschirm im All zu verdunkeln, um die Erderwärmung zu bekämpfen. Komplett verrückt, oder? Das Ganze nennt sich Solar-Geo-Engineering und hier beschäftigen sich die USA mit dem Thema Solar Radiation Modification, also kurz SRM genannt. Und aber was ist das genau? Nun, es gibt verschiedene Ansätze. Da gäbe es zum Beispiel die Idee, Aerosole in die Atmosphäre zu sprühen. Also Sulfatpartikel könnten mit speziellen Flugzeugen in die Stratosphäre gebracht werden, die einen Teil der Sonnenstrahlen zur Erde reflektieren würden. Also weniger Strahlen erreichen die Erde. Ähnlich wie das, was bei großen Vulkanausbrüchen passiert. Eine andere Möglichkeit wäre es, Wolken aufzuhellen oder sogar neue Wolken zu erzeugen. Stellt euch Wolken als natürliche Sonnenschirme vor. Eine andere Idee wäre die Aufhellung der Erdoberfläche. Hellerer Boden oder heller Hausdächer könnten ebenfalls mehr Sonnenstrahlen zurückwerfen. Und dann hätten wir noch was. Und zwar Sonnenschirme im All. Riesige Sonnensegel zwischen Sonne und Erde könnten für eine dauerhafte partielle Sonnenfinsternis sorgen. Klingt ja alles schön und gut. Und ich finde es ja auch super, dass die USA sich darüber Gedanken machen. Aber Experten schätzen das Ganze auf satte 18 Milliarden US-Dollar pro Jahr und pro Grad Abkühlung. Noch dazu warnen sie vor wirklich ernsten Konsequenzen. Die Nebenwirkungen seien unkalkulierbar. Darum ist das unser Fail der Woche. An dieser Stelle wollte ich noch unsere Social Media Kanäle erwähnen. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram, Facebook oder TikTok folgt, dann werdet doch Teil der Community. So verpasst ihr keine Angebote, News oder Gewinnspiele. So, das war es auch schon wieder für heute. Alle Artikel zu den heutigen News findet ihr wie immer aufgelistet in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche zu einer neuen Folge TechUp Weekly.